Am zweiten Trainingstag in Albu Fiera dauerte die Vormittagseinheit über zwei Stunden. Nicht alle Spieler sind aber voll belastbar. Das gilt für Brian Lassme und Yusuf Kabadai. Nach ihren Muskelfaserrissen ebenso wie für Lino Tempelmann, der über eine Kniereizung klagt. Leo Greimel und Asano Idraogo setzen ihre Reha-Maßnahmen Portugal fort. Bei ihnen wird es also noch dauern, bis sie wieder voll belastbar sind. Sebastian Bolter hingegen muss sich morgen noch einer weiteren Untersuchung unterziehen. Derry John Mürkin hingegen fühlt sich wohl in Albu Fiera, bis auf eine Ausnahme. Mürkin zählt zu den wenigen Leistungsträgern in der Hinrunde und ist damit eine kleine Berühmtheit in Gelsenkirchen geworden. Fußball ist aber nicht alles, was zählt. Vor dem Start ins Klingislage besuchte Mürkin die Darts-WM im Alley Pally. Schaut man denn auch im Trainingslager und wer gewinnt denn das Finale? Ja, ich war es mit Aujan und Kalas, das letzte Nacht. So, ja, es ist gut, dass andere Leute es auch lieben. Es ist nicht jeder's cup of tea, aber für mich ist es gut. Es ist schwierig. Ich denke, Littler wird eigentlich gewinnen. Ich denke, es ist zu gut. Aber Humphreys hat auch gut gemacht, das ganze Jahr. Es wird ein tolles Spiel. Okay.